Ja, herzlich willkommen zurück bei Death Stranding. Wir haben das letzte Jahr, das letzte Mal, das letzte Jahr, könnte vielleicht zeitlich auch entkommen, glaube ich zwar nicht, aber egal. Wir haben unseren Hauptauftrag erfahren, dass wir in den Westen reisen sollen, wie es da oben auch steht. Und ja, wir sollen ein paar Lieferungen machen. Wir kommen jetzt auch so in den Hauptteil des Gameplays. Ja, das sind unsere Anweisungen. So, wir haben jetzt, das ist unser erstes Lieferterminal. Da ist jetzt im Moment nur dieser eine Auftrag zu sehen, denn wir haben ja noch nicht viel, wie der Dye Hardman das ja schon gesagt hat, verknotet. Ja, da stehen auch immer genau mögliche Gefahren und Risiken, die diese Aufträge mit sich bringen könnten. Hängt natürlich auch immer davon ab, was für einen Weg man da geht. Da ist das Spiel ja sehr, sehr offen. Also Planung ist ja immer das absolut Wichtigste bei all den ganzen Sachen. Genauso, was man an Ausrüstung möglicherweise brauchen könnte. Und ja, das ist eigentlich hier relativ straightforward, würde ich mal sagen. So, da haben wir nämlich auch diese Sachen, diese Nootropica und eine Leiter. Ja, da müssen wir auch dann immer ein bisschen flexibel mit diesen Items sein. Wie er schon gesagt hat, wir haben jetzt hier ein paar Leitern und ein Kletterwerkzeug. Und das, diese Nootropica, das sind die Sachen, die wir jetzt ausliefern müssen. Das andere ist Ausrüstung, die uns das ganze, ja, der ganze Kampf gegen die Naturgewalten ein wenig erträglicher machen kann. Wie zum Beispiel er auch gesagt hat, dass wir diese Leiter auch als umfunktionierte Brücke nutzen können. So, und dann machen wir uns mal auf den Weg, würde ich sagen. Da ist natürlich auch wichtig, immer die Karte dafür zu nutzen, wie man genau da den Weg gehen soll. Also jetzt am Anfang ist es noch nicht ganz so kompliziert. Ja, wie immer. So, das ist hier unser Menüring mit unseren Ausrüstungsgegenständen, dann unsere Eile-Items, die wir da haben. Und dann, wenn wir nach oben drücken, unsere Kleidung oder andere Sachen, die jetzt, ja, auch als Ausrüstung dienen, aber halt mehr dann halt für unseren längerfristigen Gebrauch als unser Verbrauchs-Item. Gut, das hier ist eine sehr, sehr nützige Funktion. Mit dieser 3D-Karte hatte ich ja in der letzten Session auch schon mal angesprochen, dass wir hier so Wegpunkte legen können. Wir sehen ja hier genau immer, genau, wo Flüsse sind, wo Erhöhungen sind. Und das spielt halt alles immer dann eine Rolle. Und da sollte man natürlich dann immer auch drauf abstimmen, was man an Ausrüstung mitschleppen will. Sam, du siehst den Szenen, den jemanden da oben verlassen hat. Du kannst einiges von dir selbst, wenn du möchtest. Messungen, Warnungen, Worte von Erwärmung, was auch immer zu mir kommt. Genau. Das ist auch noch so eine Sache. Das ist wahrscheinlich einer der coolsten Gameplay-Mechaniken, die es in den letzten Jahren in allen möglichen Spielen gegeben hat. Auch mit eines der coolsten Features natürlich auch aus diesem Spiel. Was der Dye Hardman da gerade schon angesprochen hat, dieses Schild, was wir da sehen und auch diesen Turm, da ist so ein kleines Symbol dran. Und da steht ein Name dran, wer dieses, wer das Ganze da aufgestellt hat. Und dasselbe können wir hier auch tun. Wir können hier auch Schilder aufstellen. Und das Beste kommt dann erst, wenn wir den Bereich an das chirale Netzwerk angeschlossen haben. Dann können wir nämlich diese Konstruktion von anderen sehen. Sam, sogar die besten Portoren haben sich gehört, um sie zu verlieren. Aber du bist besser als die besten. Du hast was es, um zu Ende zu Ende zu haben. Wenn du einen Abstandsabschlagst, anst du sie zu ihrem intendeden Bestand. Es ist leichter, als du denkst. Duhst, alle unsere Packungen sind mit Bridges' IDs für easy-tracking. Das ist unser Orderdeck-Scanner, der hilft uns, alles mögliche Zeugs zu entdecken. Remember Sam, every parcel is a promise made to a person in need, and they're counting on you to deliver. Das geht dann auch nicht nur über so Sachen wie Leitern oder Seile oder sowas, sondern später auch mit allen anderen Sachen, die wir im Laufe des Spiels noch freischalten, die unsere Auslieferungen ein wenig einfacher machen. Das ist wirklich sehr, sehr cool. Das macht sehr, sehr viel Spaß, denn da ist dann auch ein System dabei, was wir gerade bei diesem Schild hier hatten. Wir können Likes dafür vergeben. Wenn wir da zum Beispiel irgendwo eine Leiter zum Beispiel rumliegen sehen von einem anderen Spieler, können wir Likes dafür vergeben. Die kriegt dann dieser andere Spieler zugesprochen und andersrum funktioniert das natürlich genauso. Sachen, die wir hier hinterlassen, können andere nutzen und dafür dann auch einen Daumen hoch vergeben. Das ist sehr, sehr cool und das heißt dann im Endeffekt für uns mehr Erfahrungspunkte und dadurch natürlich bessere Statistiken. Ganz klar. So, wir werden jetzt nochmal hier ein bisschen verlorene Fracht aufsammeln. Natürlich spielt auch Gewicht immer eine sehr, sehr wichtige Rolle. Je mehr wir natürlich mitschleppen, desto schwerfälliger ist Sam zu bewegen. Und, ja ne, die können wir noch nicht einsammeln. Ja, da fehlt uns ein spezielles Gerät dafür. Ja, je schwerfälliger ist Sam zu steuern, desto schwieriger wird es wegen das Gleichgewicht zu halten. Und die Gefahr ist dann natürlich auch größer, das für uns dann mal auf die Schnauze zu packen. Und das wiederum wird unsere Ware beschädigen. Und je mehr diese beschädigt ist, desto schlechtere Bewertungen kriegen wir natürlich auch. Und das heißt, weniger Likes. Dislikes gibt es in diesem Spiel nicht. Das hat man nämlich aus einem ganz bestimmten Grund gemacht. Das hat Hideo Kojima in einem Interview nämlich auch gesagt. Denn hätten sie das gemacht, dann wäre davon auszugehen, dass ein Großteil aller Spieler sämtliche Sachen mit negativen Bewertungen überfluten würde. Deswegen hat man entweder einem die Wahl gelassen. Man kann entweder Likes dafür vergeben oder man lässt es halt sein. Finde ich auch, ist auch durchaus was Wahres dran eigentlich an der Geschichte. Oh Gott. Hätte mir jetzt schon fast passiert. Heilige Scheiße. Man gibt eigentlich jetzt noch so viel, was ich da noch erzählen könnte. Aber da ist jetzt einfach noch nicht der Zeitpunkt für gekommen. Wir werden jetzt erstmal kurz wieder zurückgehen. Und diese verlorenen Pakete, die wir da gefunden haben, zurückbringen. Das bringt uns natürlich auch wieder gute Bewertungen ein. Das sind halt dann, also die werden wir später auch, werden wir auch Sachen von anderen Spielern finden, die die zum Beispiel mal verloren haben oder liegen gelassen haben. Oder die durch andere Umstände halt von einem anderen Sam irgendwo zurückgelassen wurden. Er kann das schon immer genau sagen, aber werden wir definitiv noch über den Weg laufen. Man kann das Spiel auch übrigens ohne diese Online-Features spielen. Man kann das komplett offline spielen. Ich finde aber, das nimmt einen ziemlich großen Spaßfaktor von diesem Spiel hier weg. Meiner Meinung nach. Deswegen werden wir das auch, werden wir das auch immer im Online-Modus spielen. So, können wir jetzt ans Terminal gehen und dann erstmal hier diese verlorene Fracht liefern. Ja, das kann man hier nämlich. Wir werden unterwegs später noch solche Lager-Depots oder auch Briefkästen finden, wo man Pakete ablegen kann und dann kann ein anderer Online-Mitspieler diese mitnehmen und dann weiterliefern. So, und da haben wir jetzt ordentlich verlorene Fracht zurückgebracht. Und werden dafür erstmal wieder mit schönen Sound-Effekten und Likes belohnt. Weiß nicht, klingt irgendwie so ein bisschen nach Star Wars-Roboter, so R2-D2 oder sowas, aber hat auf jeden Fall was. Geschirr, aha. Diskmedien. Ja, bestimmt eine, ein Paket voller Pornos. Noch mehr Diskmedien, heilige Scheiße. Also, immer irgendwie ein sehr befriedigender Anblick, diese ganzen Statistiken hier wachsen zu sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist auch sehr wichtig. Wenn wir da diesen Sterne-Level erhöhen, dadurch kriegen wir unter anderem, wie ihr es hier seht, mehr Ressourcen. Die brauchen wir natürlich, um Ausrüstungsgegenstände und andere Sachen herzustellen. Da haben wir nicht unendlich von. Deswegen ist da natürlich auch Haushalten immer eine wichtige Angelegenheit. So, haben wir jetzt erstmal hier ordentlich bei Verschiedenes an Level-Ups dazugekriegt. Sehr gut. Oh, das wäre doch nicht nötig gewesen. Was hat er denn Schönes für uns? Das sieht wie eine Mütze aus. Ah. Tja, aber auch nicht. Er hat hier eine Mütze geschenkt. Jo. Können wir doch gleich mal aufsetzen, oder? Ja. Genauso wie diese Maske. Mit der Maske, die schaut irgendwie ein bisschen merkwürdig aus, aber okay. So, dann können wir uns jetzt auf den Weg machen, denke ich mal, für unsere eigentliche Lieferung. Dass wir unsere Sachen da hinbringen an die, oder dieses eine Paket war das ja diese Nootropika, diese Drogen, dass wir die an ihren Bestimmungsort bringen. Ja, und da fragt ihr euch doch jetzt sicher, ist dieses Ausliefern von Paketen alles, was man im Spiel macht? Die Antwort ist, äh, ja, zum großen Teil. Das ist das, äh, Gameplay. Und, äh, das ist auch der Grund, warum das Spiel vielen missfällt, wenn sie das erste Mal davon hören, was man, äh, in dem Spiel macht. Es ist halt was anderes. Klar, es ist, es ist nicht für jeden, ne? Es ist kein, äh, es ist kein, ähm, 50 Stunden Actionspiel. Wer, äh, das erwartet hat, der ist hier definitiv fehl am Platz. Und deswegen, ähm, sag ich auch immer dabei, wenn mich jemand fragt, würdest du das Spiel empfehlen, sag ich immer, ähm, das kommt ganz, ganz stark drauf an. Man sollte vorher wissen, auf was man sich einlässt. Und, ähm, ja, das ist eigentlich der Hauptpunkt, denn, ähm, das Spiel macht es einen an einigen Stellen, da werden wir später auch zu kommen, macht das Spiel einen es ziemlich einfach, das nicht zu mögen und nicht mehr weiterzuspielen. Und, äh, macht es einen auch einfach, das mit einer, ähm, ja, mit einer großen Enttäuschung, ähm, hinzulegen und, äh, vergammeln zu lassen. Bei mir war es eh mal nicht der Fall. Und das hat, äh, das hat nichts damit zu, mit, äh, damit zu tun, dass es von Hideo Kojima ist. Weil das habe ich schon sehr, sehr häufig in vielen Reviews gelesen, wo man echt den Eindruck hat, die sind absichtlich einfach nur verärgert darüber, weil das Spiel von ihm stammt. Und, äh, wären wahrscheinlich, wenn das von irgendjemand anders kommen würde, ähm, sich nicht so darüber äußern. So, das war dann, also, äh, können ja mal hier so ein kleines Schild hinstellen, dass es hier anfängt zu regnen. Naja, ja, das ist auch sehr wichtig. Dabei ist ein von diesen Briefkästen, wo wir Sachen ablegen könnten, die dann andere mitnehmen können. Oh, ja, jetzt fängt hier der Zeitregen an. Das ist immer natürlich ein schlechtes Zeichen, denn, wie der, da Herr Hartmann gerade schon gesagt hat, der Zeitregen, der beschädigt unsere Ware. Naja, das ist halt, wie wir ja schon erfahren haben, der lässt die Zeit voranschreiten. Und das hat Auswirkungen auf so ziemlich alles. Oh, shit. Und jetzt sind wir auch noch hier in einem Gebiet gelandet, in dem womöglich gleich jetzt hier BTs auf uns warten. Dann stellen wir hier doch mal auch noch ein Schild hin. Und wir werden uns mal ein bisschen vorsichtiger bewegen. Ihr seht das ja auch an diesem Effekt da auf dem Boden. Finde ich immer sehr, sehr schön, wie schnell die Pflanzen da nach oben wachsen und binnen weniger Sekunden direkt wieder aussterben. So, und jetzt müssen wir natürlich verstärkt hier auf unseren Scanner achten, der uns das BT, was unmittelbar in der nächsten Nähe von uns ist, anzeigt. Und wesentlich schneller anfängt natürlich da Signale von sich zu geben, je näher wir denn kommen. Was wir ja auch schon bei dem Verbrennungsofen da hatten. Und da ist natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Wir wollen natürlich nicht von denen gefasst werden. Das kann einem einen ziemlich, ziemlich üblen Holzspan in die Pläne werfen. Nennen wir es mal so. Ja, was ich vorhin noch sagen wollte. Also ich habe wirklich bei vielen so, die sind an dem Spiel rangegangen, so, ja, das ist von Nideo Kojima. Und bei dem Spiel, da müssen wir quasi Kunst im Videospiel als Totschlag-Argument verwenden. Und wenn das nicht erfüllt wird, ist das Spiel scheiße. Was ich ziemlich merkwürdig finde und auch irgendwie den Sinn dahinter nicht verstehe. Aber naja, jeder hat halt seine eigene Meinung. Also ich selber, ich selber will dieses Spiel auch nicht in Grund und Boden verteidigen und auch nicht sagen, dass es perfekt ist. Das ist es nämlich bei weitem nicht. Ja, ähm. Fasst es eigentlich gut zusammen, was dieses Ereignis, dieser gestrandete Tod ausgerichtet hat. So, gerade gar nicht auf meine Ausdauer geachtet. Ihr seht ja auch hier diese ganzen, ähm, blauen, gelben und roten Symbole. Die zeigen halt immer an, wie sicher es ist, wenn wir uns über das Terrain da bewegen. Also zum Beispiel, dass, ähm, im Wasser, wenn das blau gekennzeichnet ist nach so einem Scannen, dann können wir uns da sicher durchbewegen. Bei gelb, ähm, werden wir nur mit Mühe durchkommen und ziemlich hohem Ausdauerverlust. Und bei, äh, rot, da sollten wir auf keinen Fall da durchgehen. So, ihr seht jetzt schon, wenn wir jetzt hier gehen, unsere Ausdauer, die geht wesentlich schneller runter. Und, äh, das Baby, unser Bridge Baby wird dadurch ein wenig mehr gestresst. Alles Sachen, die man natürlich nicht haben möchte. Genauso wenig wie Regen allgemein. Problematisch ist halt auch, weil wir können leider nicht, äh, vorhersagen, wo der Regen eintrifft. Das ist nämlich ein, äh, dynamisches Wettersystem, was dieses Spiel hat. Aber dazu vielleicht dann zu geeigneter Zeit mehr. So, wir sind jetzt aber gleich am Ziel. Da vorne sehen wir es auch schon. Da ist dieser Außenposten, wo wir das hinliefern sollen. Die Musik beruhigt sich auch ein wenig und der Regen scheint, äh, aufzuhören. Wegposten westlich von Capital, Nord City. So, und da ist auch unser, äh, Lieferterminal. So, und dann wollen wir das Ganze doch mal hier abliefern.